guten morgen leute servus ja heute war keine skitor heute nehme ich euch woanders hin mit lasst euch mal überraschen ganz kurz bevor es losgeht kostet drei euro am tag nicht vergessen nochmals guten morgen ja erste richtige tour nach der skitourensaison die ja noch nicht vorbei ist und ja heute geht es auf die notkar spritze und da zeige ich euch jetzt mal wie schön dass es auch hier ist in den ammergauer alpen also viel spaß also wir folgen ganz gemütlich dem waldweg richtung notkar spitze über ochsen sitz und ziegelspitz theoretisch kann man da eigentlich nichts falsch machen so da geht es weiter davon zeigt sich nun der kofel bin leicht rüber dann sind wir ungefähr auf 1400 meter höhe notkar spitze und dann kommen wir mal kurz hier auf eine richtung und folgen einfach den pfadwein da unten sieht man nun das kloster ättal und direkt darüber den laber wenn ihr die tour mal im hochsommer macht also juli august dann hütet euch wirklich davor das zur mittagszeit zu machen denn ihr seht die freunde hier die speichern die wärme die grillen euch zur mittagszeit da geht euch das wasser ruckzuck aus und da müsst ihr wirklich aufpassen da geht es jetzt außen rum da unten komme ich jetzt her das gammelspatenkirchen und da geht es jetzt weiter das einzige was vielleicht ist ganz kurz vorm gipfel mal dass man eventuell je nachdem wie geübt man ist mal kurz hinlangen muss aber nichts wildes letzter aufschwung kramer könig stand da hinten wetterstein mit zugspitz massiv albspitze dreitor spitzen wetterstein wand bank vor fricken bischof koppeln koppeln kisten und da hinten geht es weiter zur sonnenspitze teufel städtkopf pürschling und da hinten geht es Richtung pinderhof ammergauer hochplatte dann haben wir hier vorne kien joch mit kien spitz kreuzspitze und da vorn müssten sein schell schlicht und freda genau und da hinten ist der daniel zu sehen schönes panorama das war es jetzt für heute ich bin jetzt auf dem rutspitze oben angekommen wie ihr gesehen habt ich schieße jetzt hier in am rand ein paar fotos und da mache ich mich wieder auf den rückweg noch ganz kurz ich denke fast dass die skitourensaison für mich mit der ausnahme von einer tour wahrscheinlich gelaufen ist einfach weil ich zurzeit irgendwie ja zu viel gemacht habe ja ich sag mal das sind mittlerweile über 100 skitouren gewesen in einer saison und ich will auch nächste saison noch ein paar ziele haben also das ist jetzt nicht mehr die frage ob wir das konditionell oder technisch schaffen groß venedigar weiß kugel oder grom paradiso hätten zwar noch gut gepasst die saison aber ich glaube dass vielleicht noch eine nishito kommt als abschied oder sie bereits vorbei ist nur für euch die informationen vielleicht was mich interessieren würde interessieren euch eigentlich wanderungen also weil ich weiß dass unter meinen abonnenten auch die ein oder anderen dabei sind die gern mal eine wanderung sehen möchten da würde ich auch ganz gerne umfrage machen und die müsste dann auch da oben sein ich mache die zwar im trail running stil recht schnell aber vielleicht könnt ihr mir mal ein feedback geben ob euch das interessiert ansonsten vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal servus ansonsten